Willkommen in meinem Kunstatelier. Heute habe ich euch eine Arbeit mitgebracht, die gerade erst am Entstehen ist. Viele weitere Bilder und auch viele Informationen über mein Kunstschaffen findet ihr auch auf meiner Webseite manuelo.art. Diese Arbeit hier ist noch ganz am Anfang der Entstehungsphase, sieht man auch, dass sie noch keine Farben enthält und erst die Struktur im Aufbau ist. Als erstes habe ich hierfür eine Holzmahltafel genommen. Eine Holzmahltafel wie diese hier, die schön stabil und gut verarbeitet ist. Sie ist 60 x 80 cm gross. Als nächstes habe ich mit Grundierung das Holz zweimal grundiert und es so vorbereitet. Als nächstes habe ich dann den Kohle genommen und die Struktur vorgezeichnet, die ich nachher ausarbeiten wollte. Und schon kam die Strukturpaste, welche ich schichtweise aufarbeite. Das sieht man ganz gut in diesem Bereich hier, der noch ganz rau ist und weniger ausgearbeitet als hier zum Beispiel. Hier hat es noch eine Schicht weniger Strukturpaste. Und wenn ich dann mit der Strukturpaste fertig bin, wird das Bild als nächstes eine Woche trocknen müssen, damit die Strukturpaste wirklich durch und durch trocken ist. Weil insgesamt ist sie zum Beispiel, wie man hier sieht, schon über einen Zentimeter dick aufgearbeitet. Und da muss man genug Zeit ein paar Strafplanen, um sie trocknen zu lassen, damit es später dann keine Rissbildung gibt. Und wenn sie getrocknet hat, kommt als nächstes wieder eine Schicht Grundierung, bevor dann die Farbe ins Bild einzieht. Neben diesem grossen Bild habe ich auch noch zwei kleine Bilder in Arbeit, die ebenfalls auf einer Holzmahltafel gearbeitet sind. Auch hier habe ich die Holzmahltafel zuerst grundiert und dann eine feine Schicht Strukturpaste aufgearbeitet. Damit es einen spannenden Hintergrundstruktur gibt, wenn er mal die Farbe übermalt ist. Hier gibt es dann zwei kleine traditionelle Tanzbilder, wo ein Tanzpaar am Strand frisch und fröhlich tanzt. Und auch beim grossen Bild habe ich neben der eher ausgearbeiteten Strukturen die Oberfläche mit Strukturpaste ganz fein bearbeitet, damit es dann ganz am Schluss eine spannende D-Oberflächenstruktur gibt. Möchtet ihr nun dieses Bild in meinem Kunstsatelier besichtigen oder natürlich eines meiner anderen bereits abgeschlossenen Bilder, so könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren und vor allem beinkommen. Viele weitere Bilder und Informationen über mein Kunstschaffen findet ihr auch auf meiner Webseite manuelo.art. Und wünsche ich euch noch ein schönes Herbstwochenende, im Moment scheint ganz schön die Sonne draussen, dass man nach letztem Sonnenstrahlen einfangen kann. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald in meinem Kunstsatelier. Vielen Dank.